Ah, oh mein Gott, Chat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Digga, ich bin geschockt, Chat. Ich bin geisteskrank geschockt. Chat, ihr wisst ja, dass ich meinen ersten eigenen Laden in Nürnberg aufmachen möchte, beziehungsweise aufmache. Und wir haben eine Firma angefragt, was uns den Store einrichtet, beziehungsweise das Konzept veranschaulichen soll. Also versteht ihr, dass ich halt mir bildlich vorstellen kann, wie der Store ausschaut, beziehungsweise wie die den Store einrichten möchten. Okay? Und dann haben wir, habe ich heute erfahren, wie viel es mich kosten würde, dass sie mir das bildlich vorstellen, dass ich mir das visualisieren kann. Okay? Nur damit sie mir zeigen, wie sie es machen würden. Nur für ein... Nein, nix einrichten. Nix einrichten. Quasi so, wenn ich euch jetzt zeigen würde, angenommen, pass auf, das ist ein Off-White-Store. Und die sagen mir so, ja, wir wollen hier Stangen, dann machen wir hier einen Stein hin, dann machen wir da ein Holzbrett hin. Okay? Damit ihr versteht. Für das. Eine 3D-Vorlage. Digger, die wollen 6K dafür. Dafür, dass die mir zeigen, wie die es machen. Und wenn es scheiße ist, habe ich einfach 6.000 Euro gezahlt. Digger! 6.000 Euro! Ich schwöre euch, mit Sims 3 kriege ich das hin. Mit wem arbeiten wir da zusammen? Geschäft früher. Bruderherz, falls du dieses Video hörst, ich küsse doch deine Augen. Ich möchte nicht einen Palast bauen. Ich möchte einen coolen Store. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.